herzlich willkommen liebe leute zu einem neuen one on one im spiel for honor mit mir wir spielen gegen cat the bunny und ich spiele heute mal den friedshüter habe ihn ein bisschen geübt und es ist ein richtiger assi charakter gut toll mirror match schade kann ich nicht mal zeigen was der charakter kann weil sie okay ich kann es am hand der gegner wird es zeigen wahrscheinlich was der charakter kann okay wichtig ist jetzt viel defense breaks zu counter das ganz wichtig weil das macht der charakter ständig also er wird dauerhaft versuchen ja seht ihr gleich seht ihr gleich das zu machen und tot erste runde gewonnen sorry tut mir leid erste runde gewonnen nicht ehrenvoll aber der ganze charakter ist nicht wirklich ehrenvoll das werdet ihr mitkriegen ständig ein messer in die leber zu schlagen ist jetzt nicht die ehrenvollste art das gewicht zu aber der charakter funktioniert leider so und dann geht auch nicht anders so an in allen anderen belangen ist man leider komplett unterlegen und da aufgegeben echt jetzt das aber nett von dir er ist disconnected oder was soll das denn jetzt was ist denn mit los weil du jetzt die erste runde verloren hast hast du keinen bock mehr oder was toll das ist doch jetzt ein scherz mal gucken ob es in der dritten runde auch so ist sonst häng ich noch eine folge dran kann ja nicht sein also noch ein match dranhängen ist echt lächerlich ja jetzt wird er da schön gewartet im richtigen moment drauf gehauen was ich hab doch geblockt scheiße wird zu schnell verdammt sie war schneller als ich nein wie ärgerlich ah naja mach du mal deine rache an sehr gut dann hast du die im nächsten match nicht mehr hast du glaub ich so hat man glaub ich eh nicht mehr egal okay letztes okay ne stimmt gar nicht 2 1 oder versteht es 2 1 ja ok konzentrationsphase jetzt gilt's schön in die was ist die leber glaub ich auf der seite ne und noch mal rein oder hat es den geblockt den letzten jetzt ist noch nicht tot jetzt aber jetzt ist er tot lol kann ich schon mal hingekriegt frechheit tu mir leid wie lange hat es gedauert drei minuten das letzte hat es ja wieder mitgespielt ne schwierig ich weiß nicht befehle erfüllt daily befehle oder was ja so spielt man den charakter ihr habt es gesehen auf den zu den defense break heißt er glaube ich zu benutzen und dann messer reinrammen und den ausbluten lassen im endeffekt und das immer und immer wieder und der ist schwer zu blocken und zu kontern das ist halt auch keine ehrenvolle art das gebe ich zu aber ich spiele noch nicht was heißt ich spiele nicht gerne manchmal doch aber der charakter ist leider so konzipiert er geht halt nicht anders er hat saulangsame autoattacks das heißt das geht schon mal nicht er hat keine vernünftigen kombos kann auch nichts machen der schwere angriff der hat ist auch mega langsam also mega mega langsam er funktioniert leider nur so man kann ihn nicht anders spielen ich wurde schon mal angeflamed von jemanden so hey also auf englisch natürlich du penner spiel mal mit ehre rechtfertige dich gefälligst dafür was bist du für ein kleiner wicht und so ich konnte aber nicht tippen irgendwie hat es nicht funktioniert ich konnte auf enter nicht schreiben und ich konnte die ganze zeit nur tut mir leid tut mir leid über die schnelldings funktion reinhauen wie es jetzt mittlerweile immer mache wenn man jemanden tötet mit dem charakter sollte man sich dafür entschuldigen wir machen das einfach so ich mache jetzt einfach weil ich jetzt nicht so viel von dem charakter zeigen konnte mache ich jetzt noch eine folge vielleicht sogar noch zwei folgen dann mal schauen wie das nächste ausgeht mache ich jetzt noch mit ihm und dann sind wir mit dem charakter auch durch dann brauchen wir den nicht mehr zeigen mal gucken ich wollte auch nicht so viel zu dem spiel machen irgendwie zwei drei richtige videos mit ein paar leuten und jetzt hier wie gesagt vielleicht haue ich noch mal ein zwei tage lang so wandern was raus weil ich finde tatsächlich das ist das gute an dem spiel der herrschaftsmodus also vier gegen vier finde ich ultra öde ultra langweilig und ich finde einfach nur tour und tour oder eins gegen eins richtig interessant weil da geben sich die leute mühe da hauen die nicht wie bescheuert einfach nur auf die tasten drauf und man wird die ganze zeit noch von hinten von drei anderen angegriffen und sowas das ist richtig männliche respektvolle wenn man nicht gerade diesen charakter spielt den ich gespielt habe benutzt dann ist es ein respektvoller kampf man verbeugt sich man entschuldigt sich man sagt normalerweise gut kämpft am ende aus ich habe es jetzt leider vergessen haben solche sachen also eins gegen eins finde ich bisher am besten an diesem spiel ist noch kein kaufgrund allein meiner meinung nach ich weiß auch nicht was noch nicht in der beta drin ist und was noch kommt aber den herrschaftsmodus bin ich persönlich relativ abgeneigt und angeekelt von da macht mir nicht so viel spaß aber wir können ja noch eins gegen eins und zwei gegen zwei wenn die folge rauskommt habe ich vielleicht gestern live stream gemacht ich mache nämlich heute ein und ich glaube die kommt morgen raus dann habe ich vielleicht gestern live stream dazu gemacht wenn ihr nicht dabei war tut es mir leid gibt noch andere mit anderen spielen dann aber wahrscheinlich wegen liebe leute macht's gut ich bin raus war jetzt noch eins tschüssi